Der Kinocast Hallo, herzlich willkommen, liebe Damen, liebe Herren, liebe Diverse, liebe Zuhörerinnen und herzlich willkommen auch Kate, hallo. Hi. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, kriegt ihr was mit, der Chris ist viel schneller unterwegs, er hat einen viel schnelleren Rechner jetzt, alles, das geht ab hier. Ja, herzlich willkommen auch von mir, hier ist der Erik, ich begrüße euch alle zur lauschigen Runde hier. Ja, Erik, ich begrüße Sie. Wir haben ein bisschen was im Programm, wir hatten irgendwas mit Rumba in der Sneak Preview, die Rumba-Therapie, war ja sogar getippt worden, wenn ich mich recht erinnere, von jemandem. Ja, dann sprechen wir natürlich noch, was so Neues anläuft, wir haben jetzt auch brandneu die Original-Innenstadt-Kinos Stuttgart-Kino-Charts, ganz offiziell und ich glaube exklusiv, nur wir haben die, weil die haben sie noch nicht mal auf ihrer eigenen Webseite, nur wir, die erfahrt ihr dann hier bei uns. Und ja, was haben wir denn noch im Angebot? Ich habe noch einen Film geschaut im Heimkino, nämlich The Portable Door. Wurde ja so ein bisschen angekündigt als, ja, so ein bisschen Harry Potter-mäßig und so, wem das gefällt, der kann da mal reingucken. Na, wir werden dich überraschen lassen, was ich drüber sage. Serienmäßig habe ich in die neue Serie Citadel reingeschaut auf Amazon Prime. Ständig. Citadel. Und Kate hat noch geschaut Fire in the Sky. Ja, lassen wir uns nochmal überraschen, was das alles so. Ist hier. So, die Rumba-Therapie, was ist denn das? Die Rumba-Therapie ist ein französischer Film aus dem Jahre 2022. Es geht um einen Busfahrer, der so den Schulbus fährt in so einer kleinen Ortschaft, ein bisschen nördlich von Paris, wenn ich das richtig verortet habe. Also ein bisschen, also nicht in diesen Vorstädten, sondern so ein bisschen weiter weg noch und genau dort in so einem kleinen Kaff fährt er immer den Schulbus und ist da eigentlich ganz zufrieden mit seinem Leben. Er hat sich so arrangiert, er lebt alleine, hat da so seine Kumpels dort bei der Firma und ja. Aber er braucht eigentlich niemanden, ne? Er braucht eigentlich niemanden, genau. Er ist ein bisschen angetan von Amerika. Er hat auch immer solche Cowboy-Boots an, so Stiefel und trägt die ganze Zeit irgend so ein Hemd. Und ja, manchmal auch so eine olle Lederjacke. Und ja, bringt den Kindern auf der Fahrt zur Schule da so ein bisschen falsches Englisch bei und hat da so ein bisschen Spaß damit. Und naja, wir erfahren dann aber, dass es da doch noch ein bisschen, also er hat dann auch immer einen Herzinfarkt und kommt dann so ein bisschen in so eine Lebenssinnkrise und besucht dann mal seine Ex-Frau, wie wir dann erfahren. Und die hat aber nun mittlerweile schon jemand ganz anderen, also das ist auch, wir erfahren dann 20 Jahre her, dass er sie zuletzt gesehen hat. Er war dann halt plötzlich weg und sie war alleine, hat sie allein gelassen mit Kind. Und wir erfahren dann aber, ja, es war wohl nicht ganz so, dass es alles nur von ihm ausging, sondern sie ist dann wohl wieder zu ihrer Mutter gezogen. Die Mutter wollte nicht, dass er den Kontakt mit ihr hat, weil die fand den wohl nicht so ganz in Ordnung. Und ja, und er hatte aber auch sich nicht die Mühe gemacht, danach zu suchen nach denen. Also es wäre wohl relativ einfach gewesen, die ausfindig zu machen. Und ja, so lief das dann halt aus. Und er kommt dann aber drauf, weil sie hat ja eine Tochter von ihm und er möchte mal die Tochter ein bisschen näher kennenlernen, weil er jetzt doch merkt, dass vielleicht ans Lebensende, dem das Lebensende näher ist als dem Lebensanfang. Und die Tochter von ihm, die hat in Paris eine Tanzschule. Und da geht er erstmal so inkognito hin und hat so die Idee, dass er erstmal sieht, was sie so macht und schreibt sich bei einem ihre Kurse ein. Und da muss er aber für diesen Kurs, muss er erstmal noch ein bisschen was vorweisen, denn sie nimmt jetzt nicht nur Anfänger an und dann muss er mit seiner Nachbarin in seinem Kaff, muss er erstmal ein bisschen Rumba üben, um da bei dem Kurs ein bisschen gut auszusehen. Und da sind ein paar nette Szenen noch mit drin und dann geht er natürlich in ihren Kurs rein. Die Kongolaisches für Rumba, muss man dazu sagen. Ah genau, da gibt es verschiedene Rumbas, was ich gar nicht wusste. Ich habe zwar ab und zu mal Let's Dance geguckt und so, aber das war mir jetzt nicht so bewusst, dass es da noch verschiedene Subkategorien gibt. Und außerdem hat mir Roche gefehlt. Fünf Punkte. Drei. Fünf, fünf hat er. Aber das schildt mit vier. Drei. Achso, das meinst du ja. Ja, jedenfalls tanzt er dann halt davor mit seiner Nachbarin und wird auch angenommen in den Kurs und kommt dann da rein und er versucht dann ein bisschen cringe-mäßig ihr so ein bisschen näher zu kommen, um da ein bisschen mit ihr ins Gespräch zu kommen und sie fasst es aber auch so ein bisschen falsch auf, als wäre das irgend so ein Lustkreis, der von ihr was will und ach ja, alles ein bisschen komisch. Da möchte ich dir widersprechen. Möchte ich deutlich widersprechen, weil er stellt sich halt schon ein bisschen arg, plump und duppelig an und sie durchschaut ihn aber relativ schnell und dreht dann den Spieß auch ein bisschen um. Ah, das meinte ich mit Cringe dann. Ja, aber nicht, dass sie da falsche Dingsen hat, sondern... Ja, genau. Ich weiß, was du meinst, aber ich will es nicht spoilern. Okay, jedenfalls, ach, da ist dann auch noch irgendwo so ein großer Tanzwettbewerb, wo sie hin will und da träumt sie schon ihr ganzes Leben lang davon und dann will sie ihn, weil ihr eigentlicher Tanzpartner ausfällt, nimmt sie dann ihn mit und ach, das ist alles ganz komisch dann. Also, der Film trifft meines Erachtens so ein paar falsche Entscheidungen, was so das Drehbuch angeht und manche Sachen werden so ein bisschen aufgebaut, drehbuchmäßig, die dann einfach so ins Leere verlaufen, wie zum Beispiel das mit seiner Nachbarin oder so. Weil die kommen sich da eigentlich auch schon ein bisschen näher und dann ist es plötzlich einfach zu Ende irgendwie. Also, man erfährt dann halt nichts mehr, es ist nicht zu Ende, es wird halt nicht ausgeschmückt oder irgendwie. Ja, und dann, er stellt sich halt immer rechtlich dämlich an, weil er lügt sie dann halt auch ständig an, weil er dann irgendwie sagen will, wie toll er ist und dann sagt er, ja, ich bin das und er ist es ja gar nicht. Und eigentlich, ich mag ja, wie man in der letzten Sendung schon gemerkt hat, was ich nicht mag, ist, wenn irgendjemand ein Geheimnis hat und dann baut der ganze Film eigentlich nur darauf auf, dass der eine Person ein Geheimnis hat und die andere das erstmal noch nicht weiß und dann irgendwann kommt es halt raus und dann weiß man genau, das wird jetzt gerade nicht gut, das rauszufinden in dem Moment. Und ja, das ist so ein billiger Drehbuch-Trick, den mag ich nicht so. Also, ansonsten war der Film eigentlich relativ, ja, charmant und ganz nett und lustig, aber da hat wirklich sehr, sehr viel gefehlt, um das zu einem guten Film zu machen, finde ich. Weiß nicht, wie du es findest. Ja, zu einem richtig guten Film, ja, weil eben, wie du sagst, es manchmal so ein bisschen, ja, nicht ganz ausgedacht bis zum Ende oder durchdacht war. Also, das muss man auch schon sagen. Das fand ich aber echt schade. Okay, dann ganz am Ende, eine der letzten Szenen hinten raus, fand ich, also die letzte Szene fand ich nochmal schön, aber das bisschen da davor, als da auch dann nochmal die Mutter einen Auftritt hat, das fand ich ziemlich gaga, muss ich ehrlich sagen. Insgesamt aber ein Film mit unglaublich viel Charme auch wieder. Ja, es hat, ja, es hat, der Arzt, also, der Arzt war einfach der Knaller, ne? Ja, der Arzt, der war super und wenn mich nicht alles täuscht, jetzt muss ich mal kurz recherchieren, war das Hollebeck, der den gespielt hat. Ja, genau, Michel Hollebeck, der ist ja auch, glaube ich, Autor, ne? Genau, wie ich mich richtig. Kann sein, ja, aber, also, der Arzt war einfach großartig, der ihm da im Krankenhaus, so, so, nach der OP, so, ah, ja, sie sind wach, ja, bla, 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 und hier und da, und so, sie hatten das und das und das, ja, okay, okay, passt alles, ja. Sind sie Raucher? Ja, ja, dann sehen wir uns ja bald wieder. Das ist aber auch so mega trocken einfach. Aber so ist der halt auch, so sind auch dem seine Bücher, genau, ich, der ist es wirklich gewesen, ich hab, hab nämlich überlegt, ich wollte nochmal nachschauen vorher, der hat nämlich ein sehr gutes Buch geschrieben, was in Frankreich ein Bestseller war, ich weiß nicht, ob man es in Deutschland so sehr kennt, Elementarteilchen heißt das, ist auch, glaube ich, verfilmt worden und, ähm, hat auch noch andere, die Ausweitung der Kampfzone, glaube ich, hat er geschrieben und so, und die sind auch so, die haben so einen ganz teilweise fiesen, satirischen, direkten Humor und das mag ich sehr. Und das war halt hier genauso. Und so, ähm, herrlich, der Arzt. Ja, einfach, einfach richtig gut, ähm, also der Arzt war richtig gut und ich fand eigentlich so die Charaktere insgesamt eigentlich ganz cool, bloß es hat halt leider, wie du schon gesagt hast, äh, dieses, dieses, mit der Nachbarin auch und so, das, ja, hätte ruhig auch ein bisschen mehr sein können, wäre aber dann wahrscheinlich auch wieder in eine falsche Richtung gekippt, das war, der Film hatte viele, viele Richtungen, konnte sich nie so wirklich entscheiden und hat sich da dann ein bisschen leider verstrickt. Und das ist schade, ähm, aber insgesamt, also mit 103 Minuten war er angenehm. Und, ja, ich sag's mal noch anders, äh, der Film an sich wäre es für mich so ein typischer Film, so im mittleren Sequenz gewesen, so mit, ja, so um die sechs Punkte rum. Aber, äh, ich fand, jetzt muss Kate kurz weghören, äh, Luna Espinosa fand ich echt anselig in diesem Film. Also, kannte ich vorher so noch nicht, hat mir noch nichts gesagt. Ähm. Jetzt folgst du dir auf Instagram, oder? Jetzt, äh, hab ich ihren Onlyfans-Account. Nein, 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 natürlich nicht. Äh, aber ich fand, ich fand die aber echt gut. Also, ich fand, die hat auch gut gespielt und die hat ganz arg viel Facetten da auch zeigen können. Und, das, deswegen habe ich ihn auf sieben Punkte gehoben. Und ich finde, da passt er auch ganz gut hin. Und wenn ich so in die Gruppe gucke, da bin ich gut dabei. Weil, da gehöre ich zu den Schlechtbewerteren. Wo bist du denn? Luna mit O-U, Luna unterstrich Espinosa auf Instagram. Ähm, übrigens, ich sehe es gerade hier auf IMDB. Den Film hat, hat Regie geführt, Frank, Frank Dubosch, ähm, hat Drehbuch geschrieben, Frank Dubosch. Und der Hauptdarsteller war Frank Dubosch. Ist ein, ein französischer, ja, so Stand-up-Comedy macht er, spielt viel so Komödien und so. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Vielleicht, ähm, hätte man jemandem das Drehbuch überlassen sollen, der doch ein bisschen mehr Erfahrung hat, so wie so Story-Arcs aufgebaut wären. Und, ja, es waren halt, genau, jetzt, jetzt, wo ich das so gelesen habe, dass er Stand-up aus dem Bereich kommt, es waren halt auch eher so Stand-up-Bits. Ja, da war halt, was weiß ich, die Lehrerin in der Schule, ähm, als Bit. Und dann war halt eher beim Tanzen, so als Bit, so als Bit funktioniert das halt, denke ich mal. Aber so als geschlossene Geschichte, wo sich Personen auch weiterentwickeln über eine gewisse Zeit, wo dann, wo man sagt, okay, warum reagiert die Person jetzt so, wenn vorher, vor einer halben Stunde das und das passiert ist. Und, ja, genau, das, ja, also Drehbuch-mäßig fand ich das nicht so überragend, das Ganze, aber ansonsten, ach, für das Sneak mehr als okay. Also, da hat man schon ganz andere, andere Ausfälle hier in der Sneak-Preview. Und, ja, mehr kann man nicht, also ich gebe sechs Punkte, du hast sieben gegeben, ja, das ist ja schon mal. Ja, aber ich wäre auch bei sechs gewesen, wenn da nicht Luna Espinosa gewesen wäre. Ja, die fand ich auch sehr, sehr hübsch und so, aber die hat, also, wie kann, wie kann das sein, dass, ähm, ist die eigentlich Französin? Ich weiß nicht, aber Espinosa klingt ja eher spanisch oder im Film waren sie ja dann mal in Portugal. Wie kann das sein, dass die da ein Fiat 500 fährt? Das geht ja überhaupt nicht da. Also, also, in Paris fährt man bitteschön irgendwie einen kleinen Renault oder ein Citroën oder so was. Ja, aber, äh, doch kein Fiat 500, was soll denn das? Ja, guck mal, da siehst du, wie informiert ich bin. Ich kenne nur ihren Namen, ich weiß nicht mal, wie alt sie ist. Du guckst dir nur die Bilder an, von daher ist dir das egal, was da ist. Aber jetzt gucken wir doch mal, damit wir hier nochmal ordentlich berichten können. Luna Espinosa. So, steht hier irgendwas? Oh, was hat sie hier? Ist eine französische Ausbildung? Geboren 12. Oktober 99 in Frankreich. Er ist doch Französin. Ja. Zu jung für dich. Obwohl der, so, das Durchschnittsalter muss immer gleich bleiben. Ähm, ja genau. Hier steht Nationalität französisch. Na gut, das, das hab ich ja auch. Trotzdem bin ich Deutscher. Äh, naja gut. Alles klar. Alles klar. Also, wer den Film mal mitnehmen möchte. Also, ich sag mal, so Tanzbegeisterte. Es gibt ja sehr viele, ähm, die so extrem Tanzbegeistert sind. Die sollten da vielleicht mal reingucken, weil da sieht man dann auch viel von diesen Szenen, wo sie dann das Tanzen lernen und so. Das ist vielleicht für Leute, die gerne tanzen, sehenswert, denke ich mal. Und sonst der Rest der Story. Ja, geht auch. Und da ist ja auch dieses eine, der eine große Event, den ich vorhin schon erwähnt hatte. Da sieht man auch einiges, wie da getanzt wird. Also, wer da in der Richtung ein Fable hat, sollte sich diesen Film mal vormerken. Und jetzt werde ich auch mal korrigieren hier bei uns im Dokument. Ich wusste nämlich nicht mehr genau, wie der hieß. Hab ich reingeschrieben. Erstmal als Platzhalter oder irgendwas mit Rumba. Der hieß die Rumba-Therapie. Denn, ja, ich weiß nicht, für ihn ist das ja, glaube ich, eine Therapie, ne? Ähm. Ja, klar. Original heißt er Rumba-Lavie. Rumba, das Leben. Ah, okay. Ähm. Machen wir weiter mit dem Sneak-Tipp für die morgige Sneak am 14.05.2023. Das müsste die Nummer 1165 sein. Kate? Es kommt, darauf haben wir alle gewartet. Und ich sag mal so, wenn einer der getippten Filme kommt, dann bin ich ganz traurig, dass ich ihn nicht sehe. Es wurde nämlich getippt, Barbie. Also, Barbie der Film. Hey, Barbie. Hey, Ken. Nein, hey, Barbie. Hey, Barbie. Hey, Barbie. Und der zweite Film, der getippt wurde, und der Martin hat ja momentan ein gutes Händchen für Tipps, ist Greatest Day. Und Erik, du musst stark sein. Greatest Day ist ein Musicalfilm. Und zwar der offizielle Take-That-Musical-Film. Es geht in dem Film nämlich um ein paar junge Damen, die große Take-That-Fans sind und Jahre später zu Reunion Tickets gewinnen und sich wieder zusammentun als Clique, um dort zu diesem Reunion Konzert zu gehen. Und währenddessen wohl kommen Take-That-Songs und es werden Musical-Nummern arrangiert. Der Trailer sah mega geil aus. Also, Take-That-Songs, damit kann ich leben. Das geht. Ja, da bin ich auch textfest. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, der Trailer sieht schon geil aus. Ich habe auch gerade noch einen Tipp mit reingeschmissen, weil wenn es darum geht, darauf haben wir alle gewartet. Ich habe auf einen neuen Asterix-Film gewartet, deswegen tippe ich mal Asterix und Obelix im Reich der Mitte, der startet nämlich auch. Du bist also alle? Ja, alle. Natürlich, alle. Alle haben drauf gewartet. Alle, die Erik heißen. Nee, nicht nur. Ich sage mal so, in Frankreich haben auch sehr viele drauf gewartet. Da war ja lange Platz 1 der Kino-Charts. Ja, okay. Und wie geht es denn weiter jetzt mit den Charts natürlich? Charts und Neustarts. Kino-Charts und Neustarts. So, wir haben nämlich jetzt offiziell aus dem Kino die Kino-Charts bekommen. Und zwar in einer sehr ausführlichen Version mit Besucherzahlen und welche Version. Also, es läuft ja dann in den Innenstadtkinos meistens in diversen verschiedenen Versionen und so. Da gibt es ja dies und das. Warum geht das jetzt hier nicht zu laden? Und deswegen starten wir doch mal. Platz 5 in den Innenstadtkinos Stuttgart ist Evil Dead Rise. Jetzt, Moment, mein WhatsApp macht gerade hier schlapp. Sekunde, Achtung, jetzt. Platz Nummer 4 ist Champions. Champions Platz. Nummer 3 ist The Whale. Platz Nummer 2 ist die Super Mario Brothers. Genau. Und der läuft noch in zwei verschiedenen Versionen. Einmal in 2D und in 3D Atmos. Ja. Und auf Platz 1, der läuft in sage und schreibe fünf verschiedenen Versionen, ist Guardians of the Galaxy. Die neue, der neue Film. Ja. Und ich wollte gerade mal gucken, aber jetzt hat sich bei mir hier mein Google-Mail, also irgendwie hängt es gerade mit dem Internet hier. Heute haben wir überall. Jeder hat so ein bisschen was, ne? Warte mal, ich bringe mir die fünf Versionen zusammen. Warte mal, ich kann bei mir hängen. Wahrscheinlich 2D, 3D, Atmos, Original und Original 3D. Das ist jetzt mein Tipp. Ich gucke mal ganz kurz. Oder Original Atmos. Endlich mal lädt hier. So, was haben wir denn hier? 2D. Ach ja, übrigens, 2D, die ganz normale 2D-Version ist nach Besucherzahlen. Das geht übrigens alles nach Besucherzahlen. Nicht nach Einspielergebnis, nach Besucherzahlen ist 2D auf dem ersten Platz. Und danach kommt OV in 3D, danach kommt OV in 2D und danach kommt nur 3D und danach kommt 3D in Atmos. Krass. Okay. Ja, sehr detaillierte Aufstellung hier. Wobei das lustig ist, weil auf der Internetseite stehen jetzt sogar sechs Fassungen, ne? 2D, 3D, 2D Atmos, 3D Atmos, Original und OV 3D Atmos. Na gut, wir haben ja hier nur die, vielleicht ist eins von denen sehr wenig besucht und ist deswegen nicht mit dabei. Ja, ist es nicht drauf, das kann sein. Aber ich war auf jeden Fall nah dran mit meinem Tipp. Ja, auf jeden Fall. Einfach Experte. Also, wenn ihr den Film sehen möchtet, diesen oder viele andere Filme, dann geht in die Innenstadtkinos Stuttgart. Da habt ihr eine große Auswahl an Versionen. Müsst ihr echt genau gucken, was ihr gerne sehen möchtet. Ob ihr es in 3D sehen wollt oder in 2D oder in OV oder nicht OV, also in DAP. Und da findet ihr das dann schon. Und, ja, gucken wir doch mal, was dann diese Woche neu anläuft, wo ihr dann wieder auswählen könnt. Da ist nämlich, ich mache jetzt hier auf filmstarts.de, ne? Da startet Asterix und Obelix im Reich der Mitte. Und freue ich mich schon sehr drauf. Ist auch Marion Cotillard dabei diesmal. Und ich glaube, den Asterix haben sie neu besetzt. Es ist Guillaume Canet und so. Nicht mehr Christian Clavier. Nee, nicht mehr Christian. Er ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, ist halt ein alter Asterix. Ja, aber Asterix bleibt doch mal. Mit Husa Asterix. Nee, mit Husa Asterix ist ja gestern. Mit Husa Asterix. Und Zlatan Ibrahimovic spielt mit. Ja. Ganz hervorragend. So, dann startet noch A Thousand and One. A Thousand and One, ein bewegendes US-amerikanisches Drama über eine Mutter, die in New York der 1990er Jahre ihren Sohn aus einer Pflegefamilie entführt, um sich mit ihm ein eigenes Leben aufzubauen. Startet auch noch Living, einmal wirklich Leben, den hatten wir ja in der Sneak Preview gehabt vor zwei Wochen. Sehr empfehlenswerter Film mit Bill Nighy, der quasi am Ende seines Lebens dann doch nochmal anfängt zu leben. Ja, deswegen auch der Titel. Ja, dann Ski-Chef ist eine Doku. Ski-Chef. Ski-Chef. Was ist die Linie? Zu der Linie fällt mir jetzt gar nichts her. Es gab mal so eine Trash-Film-Reihe mit Ski. Ah, hier. Die Linie, ein Drama. Nach einem brutalen Angriff auf ihre Mutter Christina Valeria Bruni Tedeschi, muss sich die 35-jährige Margaret Stéphanie Blanchot bis zu ihrem Urteil einen strengen, einsteiligen Verfügung unterwerfen. Sie darf drei Monate lang keinen Kontakt zu ihrer Mutter aufnehmen und sich nicht näher als 100 Meter an das Haus der Familie heranwagen. Die Entfernung zu ihrem Zuhause hat ihren Wunsch, näher bei ihrer Familie zu sein, nur noch verstärkt. Jeden Tag kehrt sie an die ebenso unsichtbare wie unüberwindbare Grenze zurück. Diese imaginäre Linie, die sie nicht überschreiten darf, wird alle Spannungen in dieser dysfunktionalen Familie herauskristallisieren. Puh, das ist ja eine schwere Kost. Es startet auch noch Sparta und jetzt reagiert hier gerade mein Tab nicht. Doch jetzt. Was ist denn heute los hier? Brauchst du einen neuen PC, sagst du. Ich glaube, das hat irgendwie auch noch einen Grund hier. Vielleicht habe ich mir irgendwas eingefangen hier. Den mit 40er Eberhard hat es vor Jahren nach Rumänien verschlagen. Ja, warum auch nicht? Dort fängt er ein neues Leben an und baut mit den Jungen aus der Umgebung ein verfallenes Schulgebäude zu einer Festung um. Hierbei verändert er nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das der Kinder, die sich plötzlich als Teil von etwas Größerem ansehen. Ah ja. Goldhammer. Was ist Goldhammer? Was ist Ernestos Island? Ah, okay, habe ich voll übersprungen. Ernestos, Entschuldigung. Ernestos Island, ja natürlich. Ernestos Island, auch ein Drama. Der Ostberliner Matthias Max Riemelt ist Single aus Überzeugung, arbeitet in einer der angesagtesten Berliner Werbeagenturen und materieller Luxus ist seine Welt. Als seine Mutter stirbt, fliegt er ihrem letzten Willen folgend nach Kuba, um dort ihre Asche zu verstreuen. Ein Trip, der sein egozentrisches Lebenkonstrukt massiv ins Wanken bringt. Denn er muss feststellen, dass ihm trotz seines Wohlstandes ganz essentielle Dinge gefehlt haben. Und so beginnt er feste Beziehungen zu knüpfen und ein Heimatgefühl zu entwickeln. Denn der soziale Zusammenhalt des Landes und die festen Gemeinschaften sind der Reichtum, den er in Berlin nicht finden wird. Und er erkennt, dass Liebe viele Gesichter hat. Wie hieß eigentlich unser Sneak-Tipp die Woche? Darauf habt ihr alle gewartet. Okay. Na ja, gut, das könnte doch nicht passen. Goldhammer. Marcel Goldhammer verdiente sich als Sexarbeiter eine goldene Nase. Nun hat er so viel Geld, dass er sich in den Ruhestand begeben konnte. Rasch merkt er, dass ihm die Langeweile plagt und er sucht sich ein neues Beschäftigungsfeld, nämlich die Politik. Dort will er durchstarten und so schnell wie möglich nach oben. Das macht er nicht wirklich aus Überzeugung, sondern vor allem, weil es so leicht möglich ist. Seine neue politische Heimat sucht er sich ausgerechnet bei den neuen Rechten. Und das, obwohl sein eigenes Leben gar nicht zu den Vorstellungen der Parteigenossen passt. Er lebt eher weltoffen, als heimatverbunden, ist alles andere als konservativ, sondern vor allem queer. Okay. Sieht fast aus wie die AfD-Folge von Jerks, die du wahrscheinlich noch nicht geguckt hast. Nein, immer noch nicht. Ich komme ja, wie gesagt, eingangs schon gesagt. Ja, ja. Pale Flower haben wir noch. Auch ein Action-Crimmy. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis kehrt der Yakuza Muraki, spielt von Ryo Ikebe, in seine alte Welt zurück. Während er tagsüber von seiner Vergangenheit eingeholt wird, lernt er nachts die geheimnisvolle Rennwagenfahrerin Saeko, Mariko Kaga oder Mario Karta kennen. Mario Karta. Das klang jetzt schon. Mariko Karta. Mario Karta. Saeko liebt den Nervenkistel und bittet Muraki, sie in einem exklusiven Club zu bringen. Doch sie gerät in, doch sie gerät er in die Welt, was? Durch sie gerät er, jetzt, ergibt Sinn, auch richtig lesen, Augen aufmachen. Durch sie gerät er in die Welt des Tehon-Biki-Spiels, bei dem hohe Summen gesetzt werden. Hast du gerade meine Mutter beleidigt? Ja, hab ich. Okay. Das andere ist eine Doku, also war es das dann mit den Neustarts, ist ja auch einiges dabei und Fast and Furious läuft ja auch noch. Und jetzt Asterix und alles mögliche, Guardians läuft ja noch, haben wir ja gehört. Also ich glaube, da ist jetzt sehr viel gerade dabei über die Feiertage, was ihr schauen könnt und geht in die Kinos, unterstützt das. Und noch ist ja auch so ein bisschen schlechtes Wetter, das Gute kommt ja erst noch, wo ihr dann rausgehen könnt. Also nutzt die Zeit jetzt ins Kino. Auf geht's. Und wir gehen aber jetzt erst mal ins Heimkino. Da gibt es nämlich auch noch ein bisschen was zum Besprechen. Heimkino. The Portable Door. Schon mal gehört irgendjemand aus meiner Einleitung? Ja, ich. Ja? Okay. Weil ich glaube nämlich sogar, das ist ein australischer Film oder das Buch ist irgendwie in Australien sehr, habe ich da irgendwie gehört jetzt, wo ich da ein bisschen reingeschaut habe. Und die Story ist ein bisschen, ja, weird zum Zusammenfassen. Ich nenne das mal nur ein paar von den Hauptdarstellern. Zum Beispiel Christoph Waltz spielt mit. Sam Neill spielt mit. Die eigentliche Hauptrolle des Films ist Patrick Gibson, von dem hatte ich jetzt noch nicht so viel gehört. Miranda Otto ist noch mit dabei, könnte man kennen. Und als der Film anfing, stand auch irgendwas damit, dass die Hanson Company, also die, die eigentlich immer so die Freckles und Muppets und sowas gemacht haben, damit produziert haben. Deswegen sind noch ein paar Effekte mit drin und in dem Film, also der spielt in London und es geht darum, dass ein junger Mann, der ist auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch. Und da passiert aber einiges, also es geht irgendwie gefühlt alles schief, also er will sich anziehen und da geht da der Knopf ab und da reißt das Schuhband und muss da ein neues Schuhband reinfutteln und das dauert alles zu lange. Er kommt halt dann eigentlich, er rennt noch auf der Straße gegen so Leute und er kommt halt nicht rechtzeitig zu seinem eigentlichen Vorstellungsgespräch und da ist dann, öffnet sich für ihn so eine andere Tür nebenan und er geht da rein und hat dann aus Versehen dort ein Vorstellungsgespräch bei so einer ganz dubiosen Firma. Und hat dann auch gleich sein Vorstellungsgespräch mit Christoph Walz und Sam Niel ist dann auch mit dabei und irgendwas ist so ein bisschen weird an dieser ganzen Firma. Irgendwie ist die komisch und man kann es erst noch nicht so richtig festmachen. Wir haben ja auch die Consultant geschaut mit Christoph Walz. Das war ja auch schon so seltsam, diese Stimmung, obwohl hier es nicht ganz so düster und fes war, die Stimmung, die da aufgebaut wurde, sondern eher so, was geht denn jetzt hier ab? Irgendwas Magisches passiert hier so in der Richtung, fühlt sich das die ganze Zeit an und er bekommt erstmal einen kleinen Job als Praktikant und hat da so ganz komische Aufgaben. Er soll da so Sachen ausfindig machen auf so einer Karte und das markieren und ganz seltsam. Und er hat noch eine Praktikantin, Kollegin, die mit bei ihm im Zimmer sitzt, die hat auch ganz komische Aufgaben bekommen und wenn er durchs Haus geht, ist alles total seltsam, die ganze Firma. Also da gibt es keine Computer und nix, das ist alles noch so fast so ein bisschen wie ein Terry Gilliams Brasil-Film, wo alles so Steampunk-mäßig, irgendwelche Rohrpost und irgendwelche Schreibmaschinen und sonst was da alles gedruckt wird. Und man weiß gar nicht, was tun die da, was machen die da und irgendwann bekommt er den Auftrag, weil er wohl irgendwelche Fähigkeiten hat von Christoph Walz, bekommt er den Auftrag, er soll seine bewegliche, also seine Portable Door ausfindig machen. Die ist ihm abhandengekommen, was auch ganz komisch ist und geht er halt auf die Suche nach einer beweglichen Tür, er bekommt auch gar nicht gesagt, um was es sich da handelt. Und er findet dann die Tür auch relativ schnell und mit der hat es halt einiges auf sich und dann, als er herausfindet, was es mit der Tür auf sich hat und seine Praktikantin oder seine Kollegin da auch mit recherchiert, dann, ich will mal nicht zu viel verraten. Also die kommen dann hinter das ganze Geheimnis von dieser Firma und das Ganze basiert auf einem wohl sehr erfolgreichen Buch, was der Auftakt zu einer noch erfolgreicheren Buchreihe war. Also da gibt es irgendwie noch vier, fünf oder sechs andere Bücher, die wohl dann auch verfilmt werden und deswegen, das war jetzt ein echt guter Auftakt, um da mal reinzukommen in das ganze Thema und am Anfang wusste ich gar nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Ich hatte mir das Sky hier, das SkyQ kennt ihr ja, der schlägt ja manchmal so Sachen vor und das ist gerade bei SkyQ in dieser Mediathek mit drin, kommt auch im normalen Programm, glaube ich, gerade irgendwo auf einem Sender und ich dachte erst am Anfang, gucke ich das zu Ende, lasse ich das weiterlaufen, weil es war irgendwie so komisch, diese ganze Stimmung, weil dann saßt immer mal irgendwas vorbeihuschen, irgendwelche und dann reden die auch so, ja, irgendwelche Kobolde und ein ganz komisches Magiersprech haben die dann. Und dann aber hat es mich irgendwie gekriegt dann, wo sie dann die Tür gefunden haben und wo man dann gesehen hat, was es damit auf sich hat und ja, ich mochte das dann eigentlich auch, weil die Darsteller waren auch echt cool. Also ich rede jetzt auch von denen, die ich vorher noch nicht kannte, nämlich die beiden in Anführungszeichen Praktikanten jetzt, also Christoph Walz und Sam Neill, die kennt man ja, aber die anderen beiden haben es echt gut gemacht. Ich fand, die haben gut gespielt und der eine hat auch bei sich noch zu Hause noch einen Mitbewohner, der war eigentlich auch ganz cool. Also die Nebencharaktere waren auch sehr gut gecastet und hat mir echt Spaß gemacht. Hat mich ein bisschen gewundert, Kate, dass du den noch nicht gesehen hast, weil der fällt eigentlich, glaube ich, so in dein Beuteschema für Filme. Ja, der ist mir aber gar nicht vorgeschlagen worden. Also ich habe den irgendwie in der Werbung nur gesehen. Der kam irgendwann mal in der Werbung, als ich Formel 1 oder so geguckt habe und er dachte, ja, ist ja ganz cool, aber er wurde mir nie irgendwie von Sky als Vorschlag gebracht. Also wenn du zum Beispiel die App aufmachst, dann kommen ja hier Blockbuster und deine Top und deine Empfehlung und blablabla. Da kam er bisher nicht. Bei mir kam der am SkyQ. Da kann ich auch den Titel vergessen. Am SkyQ Receiver kam der bei mir, also nicht in der App. Ja, vielleicht guckst du mal rein. Also es ist hier tituliert als Fantasy-slash-Abenteuerfilm und mit ein bisschen Magie und alles so in London. Deswegen haben viele auch so ein bisschen den Vergleich gezogen zu Harry Potter, aber es ist wesentlich erwachsener als Harry Potter. Und ja, es ist nicht ganz so viel Magie oder sowas drin. Es spielt zwar alles irgendwie in diesem magischen Umfeld und er hat auch so ein paar Fähigkeiten und seine Mitpraktikantin hat auch welche, wie man dann erfährt. Ich will mir nichts verraten. Aber das Ganze, ja, ist halt eher so ein richtig schöner Abenteuerfilm, wo die dann halt irgendwie was entdecken und rausfinden und so. Genau, ich habe es jetzt gerade hier. Also das ist das erste Buch von Tom Holtz, J.W. Wells & Co. Series, nämlich The Portable Door. 2003 erschienen, danach gibt es noch In Your Dreams, 2004, Earth, Air, Fire & Custard, 2005, You Don't Have to Be Evil to Work Here, But It Helps, das ist natürlich auch ein guter Titel, 2006. Und The Better Mousetrap, 2008, May Contain Traces of Magic, 2009, Life, Liberty and the Person of Sausages, 2011. Also das, da kann man dann noch einiges erwarten und das bleibt spannend, was da noch so kommt. Ja, hat mir gefallen, deswegen. Also ich gebe da sieben Punkte und schöner Abenteuer-Fantasy-Film. Und kann man jetzt auch, jetzt kann ich es rückblickend sagen, ich hatte so, ich hatte überlegt gehabt, ob ich einen kleinen mit Bescheid sage, dass der mit gucken kann. Aber ich war mir nicht sicher, was da noch so passiert, ob das sehr gruselig wird oder so. Das weiß der nie bei solchen Sachen, ob dann irgendwie plötzlich irgendwelche Monster aus dem Dunklen kommen und, also das kann man durchaus auch mit Kindern gucken. Deswegen, ja, Empfehlung von mir, The Portable Door, aktuell auf Sky, gibt es dann bestimmt bald auch in allen möglichen anderen. Dann auf in die Serien-Ecke. Serien. Jetzt darf die Kate erstmal was erzählen, damit ich erstmal einen Schluck trinken kann. Ich habe mir mal geguckt, was es dann so bei Apple TV Plus sonst noch so gibt, weil so mit hier Beschütze-Sie und Silo und so bin ich ja beschäftigen, weil dann kommen wir nur einmal die Woche. Ja, Silo ist toll, gell? Ach, da gibt es ja jetzt eine neue Folge, ne? Ja. Gestern, muss ich noch gucken. Ja. Und dann habe ich geguckt, was es noch so gibt und dann wurde mir eine kleine, feine Serie vorgeschlagen, auch aus diesem Jahr von 2023. Wo jetzt drei Folgen verfügbar sind schon. Da kommt auch wieder jede Woche eine neue Folge und die heißt Fire in the Sky. Und in Fire in the Sky, die erste Folge darf man, man darf nicht abbrechen. Das ist, also man sollte die erste Folge gucken, auch wenn sie verwirrend ist. Also man hat quasi mehrere Stränge, also mehrere Geschichten, die erzählt werden von verschiedenen Personen oder Personengruppen, die aber alle zusammenhängen am Ende der Folge. Deswegen also nicht wundern, so hey, was mache ich jetzt bei denen, was haben die jetzt damit zu tun? Einfach weiter gucken und am Ende der ersten Episode ergibt alles Sinn. Grundprämisse der Serie ist, die Studentin Samantha wird im New Yorker Central Park erschossen. Und das ausgerechnet am 4. Juli 2003 in dem Fall. Sie war wohl alleine im Park. Es gibt keine Zeugen. Sie war auf dem Weg, sich dort mit jemandem zu treffen. Man weiß aber nicht mit wem. Und während der Ermittlungen kommt immer mehr heraus, dass sie in sehr viele verschiedene Leben verstrickt war und auch was mit einer Serie von Bränden in der ganzen Stadt zu tun hat. Sie ist so ein bisschen in der Underground Musikszene unterwegs gewesen und hat auch Verbindungen zu einer reichen Maklerfamilie. Und das sind mehrere Geheimnisse, die quasi parallel laufen. Und diese ganzen einzelnen Geschichten werden durch sie, also durch Samantha quasi verbunden. Und ich habe erst am Ende der Folge gedacht so, okay, krass. Die haben alle was miteinander zu tun, ohne dass sie es wissen. Und darum entspinnt sich jetzt diese Serie wohl. Und es geht halt darum, wen hat Samantha getroffen und wer hat sie getötet? Und wahrscheinlich dann gehen irgendwann die ganzen Geheimnisse dieser sich so anbahnen in der Serie irgendwann in die Luft. Ja, darum geht's. Ist das eine Miniserie? Ist die dann abgeschlossen? Acht Folgen. Bisher, also heißt wohl, ist wohl eine Miniserie, ja. Ich weiß nicht. Okay. Klingt interessant. Ja, wie gesagt, ich habe bis jetzt nur die erste Folge gesehen, aber die hat mich schon gehuckt. Also bis zur Hälfte der Serie habe ich gedacht so, oder der Folge habe ich gedacht so, hm, das sind mir ein paar zu viele Geschichten gleichzeitig. Und dann kommt ein Event in der Serie vor und da kommt alles so ein bisschen zusammen. Da denkst du, ah, okay, die kennen sich. Und ach, der kennt den. Ah, okay. Und ach Gott, Samantha kennt die auch. Und so. Und ja, das ist ganz cool. Okay. Ja, da ist auf jeden Fall mehr Substanz drin, als in der Serie, die ich geschaut habe, nämlich Citadel auf Amazon Prime. Ich glaube, niemand ist der Werbung irgendwie entgangen. Da gab es ja sogar im Fernsehen und teilweise irgendwo auf Bannern und irgendwo habe ich Werbung gesehen. Und na, hier bei uns in Stuttgart am Bahnhof sind ja auch so Bildschirme, wo dann so mal das Wetter steht und dann kommt immer mal ein Filmtrailer und so. Selbst da kam das. Und da hatte ich mir dann auch mal ein paar Folgen runtergeladen für die Fahrt. Und ja, was soll ich sagen? Also es ist erst mal eine Agenten-Thriller-Action-Serie von den Regisseuren Joe und Anthony Russo, die wir kennen. Die haben wir schon fürs MCU bei diversen Filmen Regie geführt und auch bei MCU-Serien. Und das soll quasi eine eigene Marke etablieren. Das Citadel für Amazon Prime, die wollen das dann auch in andere Länder exportieren. Also da soll es dann quasi eine Version geben in USA. Ne, gibt es ja die USA-Version, Entschuldigung, in Indien, Mexiko und noch irgendwo. Und ja, die Story ist die, das ist quasi so, man nehme Jason Bourne, man nehme James Bond. Also man nehme quasi alle erfolgreichen Agenten-Sachen der Vergangenheit und mixt die so ein bisschen zusammen und rauskommt Citadel. Wir erfahren Citadel in der ersten Mission, die wir da sehen, passiert da ein bisschen was. Also das Citadel ist quasi so eine Einheit, die unabhängig von den Geheimdiensten der Welt operiert, die quasi kein MI6 ist und kein CIA oder sowas, sondern halt unabhängig von denen allen operiert, weil nach der Aussage von Citadel ist es so, diese ganzen Geheimdienste, so CIA, die arbeiten natürlich im Interesse der USA und MI6 im Interesse der Engländer und FSB im Interesse der Russen und so weiter. Und deswegen, die sind halt unabhängig und wollen halt deswegen oder können halt deswegen so Geheimoperationen durchführen, die zum Wohle der Menschheit dienen. Das quasi, die gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, die Citadel und haben halt dazu geführt, dass zum Beispiel die Mondlandung ein Erfolg war und alles sowas, weil sie eben durch gewisse, also das ist so die Grundprämisse, was ich eigentlich ganz cool fand. Der, the man in the chair bei Citadel ist Mark, äh, Stanley Tucci, ich wechsle die beiden immer, Mark Strong und Stanley Tucci, die sehen immer so ähnlich aus. Wie, Stanley Tucci. Ähm, der ist jetzt quasi, das ist quasi wie bei anderen Filmen, der Mann, der im Sessel sitzt die ganze Zeit und die Agenten weltweit dirigiert, das hat man ja immer in irgendwelchen Filmen und so, war ja bei Spider-Man. Das ist quasi Charlie. War ja bei Spider-Man auch, ne, der eine, der immer im Sessel sitzt am Computer und die anderen dirigiert. So ungefähr, ähm, am Anfang geht ein bisschen was schief, sie laufen da in Hinterhalt, ähm, also Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas, ähm, die beiden laufen in so einen Hinterhalt und erfahren dann, dass es eine gegnerische Organisation gibt, Manticore heißen die, und die sind auf der Jagd nach den Citadel-Agenten und haben da weltweit in einer Großoperation alle möglichen Citadel-Agenten ausgelöscht und die beiden, ähm, kommen irgendwie davon und haben aber alle beide, oder jeder Citadel-Agent hat so einen Chip eingepflanzt bekommen, der dazu führt, dass alle Erinnerungen gelöscht werden erstmal so an die Tätigkeit, damit für den Fall, dass irgendwas passiert, damit die eben auch, was weiß ich, gefoltert werden können und einfach nichts wissen, ja. Und, ja, bei beiden wird das ausgelöst und Richard Madden, der heißt im Film oder in der Serie Mason Cain, der wird halt in Italien dann irgendwo von, von im Krankenhaus landet der und weiß halt nichts mehr und in seinen Sachen finden sie halt nur so einen Ehering, das war halt so seine Deckung, seine Tarnung, dass er verheiratet ist, seine Tarn-Identität und er geht dann wieder nach Hause und dann macht die Serie auch so einen Sprung, so irgendwie acht Jahre später und da ist es dann so, dass Manticore mittlerweile die Weltherrschaft fast übernommen hat und, ähm, es passiert dann einiges und die verbliebenen Agenten, nämlich unter anderem auch Stanley Tucci, müssen die anderen wieder reaktivieren, um da wieder so ein McGuffin, das ist hier so ein Koffer, in dem so Nuklearkoids sind natürlich, die ganze Welt ist wieder at stake und so, ähm, müssen die wieder ausfindlich machen, wieder reaktivieren, was bei ihm zur Folge hat, dass, ähm, er, ja, quasi seine Erinnerungen erstmal wiederbekommt, die er vergessen hat, er lebt mittlerweile mit einer Frau, hat ein Kind und so weiter und muss dann quasi so Jason Bourne-mäßig erstmal wieder gesagt bekommen, was er eigentlich gemacht hat und, ah, plötzlich, dann wirft Stanley Tucci ein Messer auf seinen Kopf und er kann das so aus der Luft fangen und so und dann denkt er, okay, vielleicht bin ich doch mehr, als ich dachte und so. Ja, ähm, ist herrlich quatschig, wenn man das ein bisschen leicht ironisch schaut, ähm, mit einer Agenten-Film-Brille, dann kann man da schon Spaß haben damit, ansonsten ist es hemmungslos zusammengeklaut aus allen anderen Sachen, also die Anfangsszene ist massiv aus Bullet Train zusammengeklaut, ähm, aber es macht schon irgendwie Spaß, dieses, ähm, es ist zwar top-hochglanz produziert, ist aber trotzdem ein ganz übler Trash, deswegen, ähm, weil wirklich alles irgendwie drinsteckt, von alles, was wir irgendwie gesehen haben, man kann da viel entdecken, äh, was aber hier nicht referenziert ist, sondern eher einfach geklaut ist und, ja. Ja, aber so, äh, für eine Zugfahrt, wo man das so nebenbei ein bisschen guckt und so, äh, auf dem iPad, das hat schon Spaß gemacht, aber es ist nicht der große Wurf, aber ich hab ein paar Folgen geguckt schon, die, die so da waren, ähm, ich kipp mal so fünf Punkte, weil ich mich noch nicht ganz entscheiden kann, ob das richtig scheiße, ob ich das richtig scheiße finde oder ob es vielleicht doch noch ein bisschen über den Mittellinie, äh, über, über den Durchschnitt hinausgeht, deswegen, aber vielleicht mal reinschauen, ja, so ein bisschen Agentenquatsch sehen will, Entschuldigung, hab ich euch jetzt Lust gemacht da drauf? Bisschen, definitiv bisschen, bis auf das Husten hinten raus. Also die Prianka, ich mag halt die Schauspielerin. Die Prianka Chopra Jonas magst du, die mag der Chris bestimmt auch. Oh ja, ich bin so ein Oberflächlicher. Naja, ich kenn jetzt langsam dein Beuteschema von Anna de Amas über die, über die, über die, über die Frau, die wir jetzt vorhin gerade hatten, hier in dem französischen Film, deswegen sag ich, Beuteschema. Deswegen, äh. Und dann schaust du dir seine Frau an, die kein bisschen so aussieht. Ja, stimmt auch wieder, genau. Die einfach die Beste ist. So nehm ich. Ja, also ich mein, das ist eine, was man, was man sich gern anschaut. Ich schau mir auch gern schnelle Autos an, aber ich mag lieber laut Autos mit Elektromotor, deswegen. Ähm, ja, nee. Ähm, aber dann guck mal, Prianka Chopra Jonas, Chris, das, der folgst, stimmt auch auf Instagram. Okay, so, dann. Sind wir schon so weit durch. Ein bisschen was zu Sonstiges hab ich noch. Hm, ich pack's mal hier bei News rein. News. Gestern wurden ja die deutschen Filmpreise verliehen. Habt ihr's geschaut? Gottes Willen, nein, hab ich gar nicht richtig. Nein, was? Ich auch nicht. Ich hab's auch nicht geschaut, aber ich weiß, äh, zumindest, was, was gewonnen hat. Also die großen Gewinner dieses Jahr waren zwei Sachen, nämlich natürlich im Westen nichts Neues. Und ein Film namens Das leere Zimmer. Deswegen wollte ich das hier mal ansprechen, äh, weil das vielleicht doch was für ein Chris sein könnte. Wir hatten's ja bei den Neustarts immer mit drin. Übrigens, der heißt, ich hab's ja hier, wir haben ja hier diese Charts, ähm, bei Box Office Mojo. Das, ich hab den Tab noch offen. Weißt du, wie der Film im Englischen heißt? Weißt du, wie Lehrerzimmer im Englischen heißt? Das wusste ich bis jetzt auch nicht. Nein, wie? Der heißt The Teacher's Lounge. Ja, okay. Ja, doch, Teacher's Lounge. Doch, komm, sag mir was tatsächlich. Aber das leere Zimmer Teacher's Lounge heißt, das klingt schon irgendwie so richtig so komfortabel, so mit Sofas und so schön, äh, äh, dann irgendwie noch so Bildschirme, wo man ein bisschen gamen kann und irgendwie mit einer Nespresso-Maschine vielleicht, so eine Lounge. So haben wir es uns doch alle früher vorgestellt, das leere Zimmer. Naja, manchmal musste man ja hin ins leere Zimmer und irgendwas abgeben, dann hat man ja mal einen Blick reingeworfen, dann waberte meistens so der Zigarettenqualm da raus, weil da, weil da, ja, damals war das noch so ein Ding, dass da noch geraucht wurde und da war man eigentlich froh, wenn man da schnell wieder weg konnte. Jetzt ist bestimmt Rauchverbot da drin, oder Chris? Wie ist das so im leere Zimmer? Ja, ja, klar, ist öffentliches Gebäude, da darfst du gar nicht kochen. Genau. Dann müssen die rausgehen, die Lehrer, oder? Hat meine Tochter auch schon erzählt. Bei uns rennen sie immer, ja, ich darf nicht sagen, wohin, aber ach. Bei uns rennt auch die Sekretärin da immer raus, deswegen. Meine Tochter hat jetzt hier, die findet es immer ein bisschen weird, dass die Lehrer zusammen mit den Schülern in der Raucherecke stehen, so bei denen in der Schule. Aber naja, ach verdammt, ich habe überhaupt noch keinen Musiktipp hier genommen. Jetzt macht ihr erst mal dann eure Musik-Tipps. Ich muss erst mal was raussuchen hier. Es fehlt auch noch der Music. Ja, ja, genau, warte, komm, jetzt. Music. Ich habe mir ausgesucht von Imagine Dragons Natural. Ich habe einen ganz, ganz brandneuen Song dabei von Tenacious D, Videogames. Ist der neu oder sagst du das nur so? Nee, also zu weit. Ich weiß, ist der ganz wirklich brandneu. Also der ist so neu, da... Also, nee, gibt es nichts Neueres wie das. Okay, und ich nehme mal was, was ihr sonst immer nehmt, nämlich von Kraftklub Schüsse in die Luft, den hatte ich letztens auf der Lauf-Playlist, fand ich geil. Schüsse in die Luft. Genau. Bang, bang, bang. So. Ich hoffe, der ist noch nicht drauf, weil ihr habt immer so viel von denen genommen. Das sind wir schuld. Wäre ich sehen. Wir wollen doch nur gute Musikkultur weitergeben an unsere Hörer. Ansonsten nehme ich Cordula Grün. Nee, Quatsch. Cordula Grün. Okay, sind wir durch für heute. Schauen wir uns morgen dann in der Sneak Preview erwartet und was wir dann noch so im Rest der Woche schauen. Chris kann jetzt alles doppelt so schnell schauen mit seinem schnellen Rechner. Aber hallo, hey. Noch schneller wie vorher. Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald im Kinocast. Bis bald im Kinocast. Bis bald im Kinocast.